Kim Hee Yeong besuchte die Universität und arbeitete als Sekretärin, als ein Unfall 1984 all ihre Lebenspläne jäh unterbrach. Beim Versuch die Sterne zu beobachten, stürzte sie von einem Balkon. Seit diesem Moment kann sie weder Arme noch Beine bewegen. Zuerst als ich verletzt und in das Krankenhaus Nummer 1 eingeliefert wurde, brachte man mir bei, wie ich allein essen, aus dem Haus gehen und mich wieder eigenständig bewegen und leben kann. Dort habe ich auch Malen gelernt. In dem Krankenhaus gab es eine Schweizerin, die mich mit einem französischen Lehrer bekannt machte. So konnte ich schließlich auch das Malen lernen. Ich hatte wirklich Glück. Mit der Zeit stieg ihr Anspruch an sich selbst. Um ihre Ausbildung abzuschließen, übersiedelte sie nach Indien und studierte bis 1997 als außerordentliche Studentin am Delhi College of Arts. Natürlich hätte ich auch hier lernen können. Aber hier hat es damals keine geeignete Schule gegeben. Jetzt hat sich die Situation um ein Vielfalt verbessert. Die Behinderten können viele Schulen besuchen. Damals war das nicht einfach und darum bin ich nach Indien gegangen. Ihren eigenen Stil konnte sie in Indien entdecken und verfeinern. Sie malt hauptsächlich Motive aus ihrer Heimat in einer Mischtechnik. Da es für mich nicht einfach ist, mich außerhalb des Hauses vorzubewegen, habe ich nicht oft die Gelegenheit, mit der Natur, der Landschaft in Berührung zu kommen und mich an ihr zu erfreuen. Darum male ich Landschaften. Wenn ich die Natur male, scheint sie hierher zu mir zu kommen. Male ich die Natur, immer und immer wieder scheint mein Leben sich der Natur anzugleichen. Aus diesem Grund ist die Natur zum Motiv meiner Bilder geworden. Das außergewöhnliche Leben von Kim Hee-yee-yong und ihr besonderer Werdegang zur anerkannten Künstlerin war der Anlass für einen südkoreanischen Fernsehfilm. Heute, viele Jahre nach dem Unfall, kann sie den Wendepunkt in ihrem Leben erneut betrachten. Gespielt von einer Schauspielerin. Ein Moment, der Erinnerungen hochkommen lässt. Die Vereinigung hat für mich eine außerordentlich wichtige Bedeutung. Denn als ich damals verletzt wurde, habe ich viel darüber nachgedacht, was ich in der Zukunft wirklich machen könnte. Die Vereinigung hat es mir ermöglicht, zu malen und mein Leben wieder selbst zu bestreiten. Darum bedeutet es für mich das Leben. Gäbe es die Vereinigung nicht, würde es auch mich als Malerin nicht geben. Ich würde nicht malen können, denke ich. Wenn es nicht ein der alle Bericht hat, wenn ich nicht ein Schauspielerin hinzukriegen, als ich habe Schauspielerin hinzugehen. Ich denke, das ist das, was ich.